Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch hier beim Bubbler. Ich habe eben einen Fall runtergeladen und kurz reingeguckt, falls er reinredet oder irgendwas. Und konnte meinen Augen kaum glauben, denn der Kerl ist richtig scheiße. Guckt euch mal diesen Knöterich an. So, er geht jetzt hier mit Ayub Richtung Mitte und will natürlich diverse Fracks ziehen. Klar, wer mal das nicht. Jetzt guckt er da rein und der eine cross, okay, er weiß wohl irgendwie, dass er da steht. Er wird auch gleich, ich habe mir nur die ersten drei Runden angeschaut und musste schon so grinsen. Er guckt da links rein, also man weiß auf jeden Fall, okay, der hat Vision Assister, der weiß, dass da einer steht, der weiß, wird die langlaufen, er hat den Plan. Aber jetzt passt auf, das ist auch wirklich das Einzige, was er am Plan hat. Guckt euch generell den Movement an, er bleibt ständig irgendwo hängen. Und jetzt passt einfach mal auf, was er für Fracks macht und was er so, wie er mit dem Wallhack arbeitet, wie er ihn benutzt, um zu gewinnen. Fragezeichen, man weiß es nicht. Also ich würde ihn wahrscheinlich als wirklich den schlechtesten Spieler beschreiben, den ich jemals in einem Overwatch gesehen habe. Das ist absolut grauselig. Dieses langsame Rumgezuckel generell. Wie gesagt, sein Movement sowieso. Grottig hochzählen. Und jetzt passt das, ihr Blick mal, er weiß, er weiß, dass da einer kommt. Er sieht ihn schon durch die Wand. Ich meine, selbst ohne einen Wallhack kannst du diesen Shot mit dich ziemlich gut machen. Du hast also echt viel Zeit, um den Shot zu machen, auch wenn du älter bist. Aber, also das ist ja wirklich lächerlich. Gut, da kommen jetzt die Hopps an den Start. Also ich würde ihm hier in dem Fall auch noch Adda hinzukommen drücken. Die habe ich vorhin beim Vorspulen gar nicht so gesehen. Aber ja, Bunny, also Adda und Vision. Aber wie gesagt, diese Info ist bei ihm verloren irgendwie. Oder vergeudet. Auch wenn er sich die natürlich, also die hat er ja glücklicherweise gar nicht verdient. Diese Info, dass er weiß, wo die sind, wo lang die kommen und so weiter und so fort. Er geht jetzt hier auf A und geht einfach planten. Er weiß ja, dass da keiner ist. Er kann ja alles hier durch die Wände sehen. Und jetzt passt auf, wie er die Bombe verteidigt. Mit seinem wunderbaren Vision Assist. Die Gegner merken, oh nein, es ist ja überhaupt nicht BSSR. Und kommen langsam angerannt. Er sieht, dass, also er sieht seinen Untergang wahrscheinlich schon kommen. Weil auch sein Aim irgendwie nicht so stabil ist. Ich weiß nicht, ob er später irgendwann was hinzuschaltet. Ich habe ihn nur noch die nächste Runde gesehen. Aber allein das hier ist, er weiß ja genau, wo er steht. Und dann wird halt weggeholt. Ich meine, gut, rechts, die haben ihn doch jetzt überrannt. Aber man kann doch, man wird doch wohl mit dieser Info viel mehr machen können. Also mit dieser Vision Assist Info, die man da rauskriegt. Ich glaube, hier habe ich dann sogar schon angehalten. Ich bin gerade mal hier. Ja, guck mal, den trifft er auch nicht. Und er weiß genau, dass da einer kommt. Und wenn die Gegner durchrennen, kannst du doch eigentlich so locker abdrücken im richtigen Moment. Du musst ja dafür doch nicht mal gut sein. Den trifft er auch nicht. Er weiß, dass da rechts klos einer steht. Er nimmt doch schon mal hin. Will vielleicht auch durch die Wand. Ja gut, das habe ich schon gar nicht mehr gesehen hier. Das kann er natürlich machen, ne? Durch die Wand, wenn der Gegner steht und sich nicht bewegt. Oh, okay, den hat er auch gedrochen. Also es ist wirklich absolut schlecht. Er braucht, also er muss diese Cheats zu 100% anhaben, weil sonst würde er wahrscheinlich mit genau null Kills aus der Gesamtsituation rausgehen. Wenn man sich, wie gesagt, alleine mal die erste Runde anguckt. Er läuft da rückwärts und läuft gegen die Wand und danach noch gegen diesen Kai an der Wand. Okay, ich nehme an, jetzt hat er noch Vision dazu, äh, ich meine Aim dazu geschaltet. Anders würde es ja auch nicht gehen. Er muss es einfach machen. Er kann es sonst nicht. Wo ist der andere? Der ist bei City, der letzte. Kommt gerade City reingerannt. Der Kollege legt nicht. Ja, jetzt legt er rein. Absolut grauselig. Also man kann sich kaum vorstellen, dass jemand, das muss ja ein Anfänger sein eigentlich, jemand, der tatsächlich sich sagt, oh, ich möchte mit CSGO anfangen, bin aber ein absoluter Keck, auch als Mensch. Natürlich nur noch ein Müllhaufen, äh, Daumen. Mann, das ist klar, ich verstehe schon. Jetzt muss er richtig, jetzt muss er richtig loslegen. Er guckt noch kurz gerade aus, also Anti-Aim ist nur ab und an wohl irgendwie, oder wir sehen es nur ab und an, aber gut, ab jetzt ist es sowieso Quatsch. Hier kommen die Shots rein. Ich lasse jetzt noch ein kleines Stück so durchlaufen. Nur um zu gucken, ob sich gleich noch was verändert, ob er es gleich nochmal wegnimmt. Aber hier hat man auch direkt diesen, äh, Spannungsbogen bei ihm gesehen, ne? Die Einleitung, er hängt nur auf die Fresse und kickt nicht viel hin und dann, ähm, zack, oben so ein riesen, riesen Spike drin. Weil das Ego so winzig ist. So enorm winzig, wie auch sicherlich einiges anderer nie, dass er das einfach machen muss, weil er sonst ja nichts, äh, geschissen bekommt, ne? Und ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Eins, also jemand, der normal spielt, selbst ein Gold, selbst ein Gold oder möglicherweise auch ein Silver, könnte mit einem, mit diesem reinen Vision Assist, den er am Anfang hatte, deutlich, deutlich mehr aus der, aus der ganzen Sache rausholen, als, als das, was er da getrieben hat. Also, das war doch nichts. Der kam wahrscheinlich frisch von, was weiß ich, Minecraft und hat sich gedacht, boah, jetzt baller ich rein oder, oder bei Fortnite, weißt du, sie können ja seit, seit kurzem gibt's einen Modus, wo man nicht mehr baut. Und er dachte sich, vielleicht geht er mal hier rüber, hier kann man ja auch nicht bauen. Tja, durch die Wände gucken, äh, konnte er dann auf jeden Fall, der Keck. Äh, also ich werd hier, äh, Aim Assist, Vision, äh, logisch, Vision Assist, Ada natürlich, äh, alles reinkloppen. Griefing hab ich jetzt nichts gesehen, aber der Drecksack kann auf jeden Fall weg. Das wär's dann soweit gewesen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Reingucken. Ganz wichtige Info noch für euch, Ende Mai ist wieder ein Community Case Opening im Livestream auf Twitch. Und heute ist auch wieder ein Twitch Livestream, heute am Donnerstag, ab 18 Uhr, kommt gerne ran. Dieses Case Opening wird so ablaufen, Ende Mai, der fertige Termin kommt noch, dass wir aufs Teamspeak gehen und auf einen Spielserver, also CSGO-Server gehen. Und da eben, äh, die Kistelchen öffnen werden, im Kreis oder wie auch immer und schauen, wer was zählt und eine Heitdatei. Wird ein Modus Spaß, wird bestimmt geil, könnt ihr gerne mitmachen. Einfach in den Stream kommen, da gibt's auch nochmal weitere Infos dazu. Äh, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare und für die Likes, extrem edel. Ich freu mich immer sehr, wenn ihr viel kommentiert. Ich, äh, lese mir gerne alles durch und kommentiere auch jeden Kommentar. Darüber hinaus gab es im letzten Overwatch, äh, wie hieß das? Wahrscheinlich, warte, 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 fährt's gleich ein. Ähm, wie viele Suspects oder wie viele Cheater wurden bis jetzt gebannt oder irgendwie sowas. Da gibt's ein neues YouTube-Giveaway. Wer unter diesem Video kommentiert, also einfach nur was zum Video kommentiert, ist da automatisiert mit dabei. Also, kann man gerne reinschauen. Äh, ja, das wär's dann soweit gewesen. Haut da rein, bis gleich im Stream. Und later!